ja ist erst das ist beim jahr hat problem blue screen windows ich muss raus ja muss alles weg das ist auch man wird passiert die scheiße das ist eine scheiße ja 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 meine fremder mal gucken wir schon alle ponos ja geil sauber bei hooligan zu sagen hochzugehen ok nichts machen nicht war mir klar wasseranlage war ja andere sachen machen stühle ja manchmal schläfst du den tüche ich will sie noch hier nicht das ist ich habe ich 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 Dekorazioon, ja, ist schön und gut. Reicht. So. Ja, hier ist alles schick jetzt, ne? Ja, gut. Ja, alles schick hier. Bam. Kann man nicht hier so, so eine Axt hier so, ja. Ähm. Ähm. Magweide, I'm a Magweide. 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 Ähm. Achso. Haha. Ja, geil, ich kann hier. Kann auch so machen. Ja. Ja, ja, ich kann das. Ich darf das. Hab ich's kaputt gemacht? Ja. Aber Roy muss gelernt sein. Das kann nicht jeder und der auch nicht jeder. Roy, das kann ja teuer werden. die mannschaft und die tue ich jetzt ein ja habe ich überhaupt alles ersetzt hier ok toilettenzubehör war immer sprechen waschbecken nur einmal flittenzubehör muss man aufpassen ist ja wenn ich jeden scheiß her ist ja alle kackhäuser wir sind anders das war toilettenzubehör ok noch mal ja ferdi mülleimer wird ein zubehör was finden überhaupt jetzt sind die frauen 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ja ich kenne mal einen spender hier so rein und baff reingeklatsch fertig so was wir hier denke stühle mülleimer 1 2 3 4 parkgartenautomaten brauchen wir parkgartenautomaten dekoration dekoration die irgendwie was halt dico an noch was tolles hier so dekoration so ja warum nicht kann man auch immer kann man auch mal hinstellen mülleimer 1 2 4 ja warum haben wir hier nur einmal machen wir Einen Ja, der ist süß. Den müssen wir dahinter. Da, ein kleiner... Ach so, gar nicht für die Dekoration. So. Wie sieht's denn hier aus? Noch alles gut, ne? Schön sagen, Herr 4. Ungemein sauber. Super. Den bin ich jetzt da ja fertig. Kann ich wieder rausgehen. Der Punkt ist auch dreckig. Oh, du gehörst da so. Ich hab noch mal einen anderen hingeguckt. Ich hab erstmal sauber gemacht. Ja, 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 ja. Guck mal, kann ich einziehen jetzt. Ja, hab ich hier alleine gemacht. Kann ich alleine. Kann ich alleine. Kann ich alleine. Ja. Ja. Super. Alles klasse. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ja, begeister, 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 begeister. Ja, ich kann nicht rüber gehen aber. Kann ich hier rüber gehen? Ich kann da rüber fallen. Das ist schon mal toll. Ich kann da rüber fallen. Ich kann da rüber gehen werden. Übrigens, ich bin begeistert. Aber ich kann da rüber gehen. Das ist schon mal kratzen. Ich bin begeistert. Jetzt das ist schon mal etwas. das ist nur Wasser. Einfach nur Wasser. Messer. Wollt ihr hier was kochen oder warum? Liegt hier überall mehr da rum. Versteh ich nicht. Ich bin zu hoch. Blut. Das ist Blut. Ah, ganz schön groß hier alles. Ja, viel zu tun. Oh, guck mal, die Wand da sehe ich jetzt erst. Ja. Habe ich mal sehen. Da wie die Wand da. Meine Hauswand. Geputsch. 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 Wow. Sauber. Ja, hier sieht es schon viel, viel, viel besser aus und angenehmer. Ich muss mir echt mal die Erweiterung holen. Das ist ja echt nervig. Ja, Container. Das ist die Waschstraße. Die haben ja auch übergekloppt. Wo es ging. Was ist so dunkel hier? Es wird dunkel. Es gibt da kein Licht. Finde ich dunkel. Was habe ich mit Öfers zu tun? Da kommt noch nichts eigentlich. Ja, habe ich damit zu tun. 2 Sterne. Oh. 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 Das habe ich schon viel geschafft, ne? das reparieren wir haben hier rumgeschminkt die schmierfinken schnitz die schnitz 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 bewegende was denn happy das war noch einbringen ja wieder ich habe meine taschenlampe wieso man sehen ja jetzt schieben soll ich den schieben oder was verstehe ich nicht bräuchte ich hilfe ich denke, es ist ein Mitarbeiter es ist schon so sehr, sehr schön Danke, Mülleimer, die Quotation 6. Machen wir uns aber noch mal sicher hier, ja, nur mal sicher. Ja. 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 Ja, sicher ist bereit, sicher ist bereit, der ist gesichert, der ist bereit. Ja, mit Baden würde ich dann mal gucken, dass da... Dekoration. Herkunft ist ja sehr egal, was ich hinstelle. Ja, super. Ja, aber aus der Reichweite. Ja. So. 85% habe ich fertig. Das ist schon gut, ich muss mich mit Baden rum kümmern. Ja, guck mal an. Habe ich gar nicht hängen, das hängt ja unbedingt. So, ja, mal gucken, wie ich... Jetzt muss ich den... Wie krieg ich jetzt die Bahn da rein? Ja, wie denn? Verstehe ich dich? Ne, verstehe ich nicht, zu überleicht. so ja ich glaube ich habe hier eine tasche lampe kaufen aber irgendwie muss auch gehen ich habe ich habe du wach ich mag ja pute pote wir wissen was warum war 97 fertig abgelassen kommen wir drei prozent er wohl drei prozent übersehen habe ich hier wieder was übersehen ja wirklich schlimm wo wieder versteckt ja ach gucken daikto und da ja so du kannst auch herumlaufen gemacht getan abonnieren leiten und das kommentieren und nicht vergessen